Ja, hallo meine lieben Modelleisenbahn und Gartenbahnfreunde, mein Name ist Frank von der Schöneuhr Eisenbahngarten und ich heiße euch ganz recht herzlich willkommen hier zu einem Infovideo. Und zwar, viele wird es freuen, also ich habe viel, ja, viel Anfragen bekommen. Mensch, Frank, wann machst du denn mal mit iTrain weiter? Wann machst du denn mal mit iTrain weiter und das ist toll, schön kurz, strukturiert, erklärt eben und kannst du da nicht weitermachen. Weil, also wie einige wissen, gibt es ja schon iTrain-Folgen bei uns auf dem Kanal, aber die habe ich nicht weiterverfolgt aus zeittechnischen Gründen. Jetzt habe ich aber auch teilweise lange E-Mails bekommen in diesen E-Mails, wurde mir geschrieben, Mensch, kannst du nicht weitermachen, du erklärst das so gut und, und, und. Dann habe ich mich dazu entschlossen, diese Videoreihe nicht weiterzumachen, sondern diese komplette Videoreihe neu aufzulegen und zwar mit dem Namen iTrain5Tutorial2.0. Dort habe ich schon mal 18 Folgen gedreht von Installation, die ersten Schritte, Schnittstelle hinzufügen, erste Lok anlegen, Gleisbild erstellen, Blöcke einrichten, Gruppieren, Weichen einrichten, Rückmähler, Blöcke und Co. Geschwindigkeit, Geschwindigkeitseinmessung, Locke, Weichen, Rückmeldung, Lok einbremsen, Bahnhöfe anlegen, Booster anlegen, Wagenzubehör anlegen, erste Signale einrichten, Fahrwege erstellen, Zuggattung erstellen und Vorsignale. Das sind die ersten 18 Videos. Ja, diese ersten 18 Videos sind jetzt so nicht gleich verfügbar, sondern es kommt jeden Freitag, glaube ich, um 17 Uhr ein Teil raus. Diesen Freitag, also morgen, kommt das erste Video raus, nämlich die Installation und was ist iTrain überhaupt? So, jetzt gibt es ja ein hier, Mensch, ich möchte mir gerne schon gleich alle Videos angucken und dadurch, dass er jeden Freitag eins rauskommt, das geht bis im März rein, kann man natürlich erst nur, muss man jeden Freitag abwarten. Jetzt habe ich aber gedacht, Mensch, okay, ich möchte natürlich auch die Möglichkeit anbieten, dass ihr alle Videos gleich sehen könnt und das funktioniert, wenn ihr hier, wenn ihr jetzt ein Video von uns schaut, könnt ihr ja hier Mitglied werden und wenn ihr dann den Vorabzugriff auf Tutorials anklickt und dann sozusagen Mitglied werdet, das kostet 14,99 im Monat, kann man monatlich auch kündigen, sozusagen, dann könnt ihr vorab schon alle Videos sehen, alle 18 Stück. Wie gesagt, steht hier auch zuerst für Kanalmitglieder, das bedeutet, dass, wenn ihr Kanalmitglied seid, also die größere Variante, nicht die kleine, die größere Variante tatsächlich, dann könnt ihr alle Videos gleichzeitig schon sehen und ich werde es auch so machen, dass wir, ich hatte auch zum Beispiel andere Anfragen bekommen, wie zum Beispiel, Mensch, kannst du nicht mal ein Tutorial machen, wie an C-Gleis angelötet wird und wie vorverkabeln und überhaupt so dieses ganze Bauen, was wir machen, ja, so auch Tutorials darüber machen. Auch dieses werden wir machen und auch diese werden dann immer auf einen Freitag, Tutorials werden immer an einem Freitag erscheinen und wir werden auch Tutorialreihen machen, wo wir, auch wie hier jetzt zum Beispiel, sind es ja 18 Videos gleichzeitig. Wir werden auch immer mehr Videos machen und für Kanalmitglieder für diese 14,99 Monat sind diese Videos immer schon vorab verfügbar. Wann natürlich ein neues Tutorialreihe rauskommt, das hängt immer so ein bisschen auch von unserer Zeit ab. Die erste Serie ist eben die Tutorialserie von iTrend. Die anderen iTrend Tutorials, die werde ich jetzt von der Plattform wieder runternehmen, weil die einfach nicht mehr aktuell sind. Das sind jetzt hier die aktuellen Videos und ja, genau. Ich möchte aber noch mehrere Tutorials machen, auch mit einem Kruschi zusammen und da werden wir dann einfach auch so eine Playlisten anlegen. Und Tutorials werden wir versuchen, immer auf einem Freitag rauszubringen. Ob immer an jeden Freitag ein Tutorial kommt, kann ich nicht versprechen. Das Einzige, was ich versprechen kann, bis Anfang März kommt auf jeden Fall jeweils immer ein Tutorial raus von iTrend. Wir werden natürlich uns Mühe geben, weiterhin Videos aufzunehmen, Tutorials, die werden dann, jedes neue Tutorial wird dann hinten an iTrend herangestellt, sozusagen. Also das nächste Tutorial, Video, was wir drehen, kommt dann hier nach iTrend Part 18 und so weiter und so weiter. Wenn es nicht zu iTrend gehört, dann natürlich in einer anderen Playliste, aber wie gesagt, jeden Freitag. Jetzt noch ganz kurz zur Erklärung, warum wir die Möglichkeit anbieten, dass nur Kanalmitglieder gleich sofort alle Tutorials sehen. Da möchte ich offen und ehrlich drüber sprechen. Das liegt einfach daran, die Zeit, die wir auch einfach investieren oder die ich investiere, ist in meiner Selbstständigkeit oder in meiner selbstständigen Arbeitszeit. Ja, das ist einfach Fakt. Und ich möchte ja die Videos auch allen anderen anbieten, die jetzt nicht Kanalmitglieder sind. Die müssen dann aber sich einfach gedulden und jeden Freitag eben abwarten, bis nach März rein, bis alle iTrend Tutorials da sind und so weiter laufend natürlich auch für andere Tutorials, die wir drehen werden. Jetzt haben wir aber die Möglichkeit, wie gesagt, über die Kanalmitgliedschaft, dass ihr euch die gleich alle angucken könnt. Und das ist einfach, bin ich eben doch offen und ehrlich, das ist einfach eine Einnahme, die wir ja auch generieren. Wie gesagt, wir sind selbstständig, wir investieren da sehr, sehr viel Zeit und wenn jemand alle Videos gleich gucken möchte, unterstützt er uns damit natürlich schon. Also ja, er unterstützt uns sehr gut damit und ihr habt was davon und wir haben eben was davon. Das ist einfach eben einfach unsere Arbeitszeit, die dann auch irgendwo entlohnt wird. Nicht jedermanns Sache, auch nicht schlimm. Deswegen gibt es eben diese zwei Möglichkeiten. Entweder ihr wartet die Freitage ab und guckt ein Tutorial nach dem anderen oder ihr sagt, Mensch, mir brennst du unter Fingernägeln. Ich möchte die Jungs unterstützen und ich möchte alle Tutorials gleich haben. Dann könnt ihr gerne, wie gesagt, diese Funktion benutzen über Mitglieder werden und diese Vorabzugriff für, ich zeige es euch nochmal, Mitglied Vorabzugriff Tutorials nennt sich das. Diese sogenannten 15. Ihr habt natürlich dann auch diese Emojis gleich, ihr habt diese Emojis dann auch irgendwann mit drin. Also alles, was ihr, alles was ihr in Eisenbahnkumpel habt, habt ihr dann auch im Vorabzugriff Tutorials automatisch mit drin. Mit der Besonderheit aber, dass ihr natürlich alle Tutorials vorab sehen könnt. Genau. Kleiner Spoiler noch. Es wird Tutorials über die Logstore, also über die Lodi-Produkte geben. Es wird Tutorials vom Anlagenbau geben. So ein bisschen, wie wir es machen. Da gibt es zwar auch im Internet schon genug Tutorials, aber wir wollen eben unsere Sicht der Dinge einfach auch mal präsentieren. Ja, meine Lieben, mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Wenn euch das Video gefallen hat, das Infovideo und mein Standardspruch, wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Teilen tut nicht weh. Abonnieren ist wie immer kostenlos. Kommentare schreiben ist immer schön. Und bei den Kommentaren hier, bei iTrain zum Beispiel, ist es wichtig, wenn ihr noch irgendwelche Fragen zu iTrain habt, wo gerne ein Video drüber gemacht werden soll, dann schreibt es in die Kommentare. Ich werde mich, ich werde dann so ein paar Sachen sammeln, werde mich ransetzen, mache ein Tutorial darüber. Und das landet natürlich hier in der Tutorialliste, iTrain 5 Tutorial 2.0. Aber jetzt höre ich auf zu sammeln und ich freue mich persönlich, dass ich euch oder wir euch jetzt eine schon mal 18 Folgen Tutorials anbieten können. Der eine wartet die Freitage ab, der andere wird Kanalmitglied. Und damit sage ich bis dahin. Ciao, ciao.